Musik Wir können ja erstmal gucken, was bei der Südbeutdacke abgeht. Ich vermute, dass die Leute sogar, die hier eben gelootet haben, auf dem Weg zur Südbeutdacke waren. Weil ich hab hier die Zombies eben gesehen. Von der anderen Seite. Die waren im Wald. Das heißt also, wenn wir jetzt vielleicht gucken, könnte es sein, dass sie die Südbeutdacke gelootet haben und auf dem Weg zur Nordweiterkessel sind. Das muss man vorsichtig sein. Ja. Wir könnten nämlich auch genauso gut denken, dass wir jetzt gleich auf dem Weg zur Südbeutdacke sind. Das stimmt. Unser primäres Ziel sollte erstmal sein, dass wir einen Knife suchen. Okay, ich laufe hier quer durch, ne? Ich laufe mich auch. Ich hab 5000, 4000 Glut, schätze ich mal. Ist echt schon minimal. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Aber, das ist besser als nichts. Und das coole ist, hier siehst du immer noch viel. Es schwankt zwar immer zwischen schwarz-weiß und bunt, ne? Aber ich find das so besser gemacht, als wie anfangs der Stasi-Mod. Oder wie zum Beispiel Origins was das hat. Dass das durchgehend dann einfach schwarz-weiß ist, obwohl du nur so 2000 Glut verlierst. Hier wurden wir in den Ball getötet, eben auf diesem Berg. Ich bin auf jeden Fall die Scheunen durch, dann gleich weiter nach Stadi. Stadi könnte eventuell Antibiotika spawnen. Ja, oder Vibes. Ich hab sogar, ich verliere sogar Temperatur. Ja, wegen der Idee kann man wahrscheinlich nicht. Das ist schon richtig niedrig. Hä? Ja. Okay. Oh fuck, ich hab Hunger. Mein Hunger blieb. Ich hab was zu essen. Okay, lass das dann mal in der Scheune eben machen. Oder? Nee, ich hab nichts zu essen. Wie gesagt. Ich hab schon. Mit Dorfen und Messe. Wenn man Messe haben, kann man auch seine Temperatur bekämpfen. Läuft. Was? Wie sieht ein Auto? Wo? Na dich. Wo, 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 wo? Na. Ohne Reifen. Ja man, dich. Aber die ist dann mega geparkt. Kann man abbauen? Man kann bestimmt die Reifen abbauen. Also, im G ist nix. Auto. Das ist wieder das eine Auto. Das ist ein Auto. greifen leider nicht getroffen großartig können wir dann nicht viel machen genau in der selben stelle sind die eben schon mal vorbeigefahren ich habe die nicht getroffen diesmal das auto getroffen aber ja ja heute haben haben wir beide getroffen aber greifen und wieder vor uns gilly 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 vor und richtung richtung hügel da rechts zwischen ja ich sehe ihn hat uns noch nicht gesehen hat uns noch nicht gesehen okay wollen wir beschließen oder näher dran laufen erstmal näher dran laufen okay lass jetzt schießen okay okay ich laufe näher dran gibt es die deckung hat mich tot ich bin tot er ist auch er ist auch egal ich war infiziert okay dann komm ganz schnell hoch er hatte dmr oder m14 dmr wahrscheinlich sogar ja m14 orbit 6dmr-magazin hat er das kannst du aber jemand anders erzählen liebste orbit aber alle angeschossen orbit sowie orbital ja selbst des pandarischen hat auf jeden fall gerage quittet oder ah ne liste ist ja nur länger ne ne ist noch der water boil ok wasser hatte der alles ne der ist nicht mehr aufs server keine der orbit heißt er hat aber das evilste richtige folge rangefinder hatte der m9 sd hunting night am strand fliegt der juli rum ok wir haben jetzt das evilste magazine parry aber dann muss meine leichen auch headshot und aber hatte der alles dabei ich guck mal was er hier hatte solche kleidung hat er denn noch dabei werde ich mir eben anziehen ja weil ich sie vergetan fengler morphin hatte der alles mit dabei antibiotika hat er sogar und nochmals 2m14 aim lol aber sechs magazine dmr ok war vielleicht einer von denen die hier schon lange spielen ja 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 und vielleicht hat er auch so eine kiste gefunden welchen ja und dem ist er hat nichts zu essen oh gott ich hab jetzt auch temperatur ne ich glaube erstmal irgendwo in den norden in den Wald und mach den feuer damit du nicht krank wirst ja ja ich muss mir was zu essen machen das ist viel beschädigt ok ok das ist eine leiche schon weg das ist mir unbedingt was zu essen machen ich laufe erstmal in den norden und suche mir ein tier was ich ausnehmen kann ein bisschen ein schwein ein bisschen ein schwein ja ja ich hab mir dann nicht gehabt war auf jeden Fall super wir haben beide ihn glaube ich gut getroffen ja nur unsere Waffen haben nicht so viel Schaden gemacht wie seine und wir waren halt wir konnten nicht so ziehen wie wir gerne wollen gewollt hätten der wahrscheinlich auch nicht weil ähm ja ne wir sind sehr viel gelaufen ich glaube das erklärt dir schon einiges ja war aber schon gut so ich meine wir hatten beide lowblut ja vor allem du bist ja nicht mehr erkältet wir hätten durch diese erkältung geheilt aber muss trotzdem nicht sein war aber auch immer ein fairer Fall so 1 für 1 wirst du ganz schnell gucken was sie hier hoch läuft wie gesagt ich habe einen M14LM wir teilen uns die Magazine die sind zwar angebrochen aber wir müssen ja nicht äh Dauerfeuer machen wie so eben M14LM ist jetzt keine besonders schwache Waffe M14LM ist schon mit die geilste Waffe die man haben kann ne Kuh bitte de-spawn nicht bitte de-spawn nicht bitte de-spawn nicht mach keine Standalone Kuh ja Stentalone Kuh Bitte keine Stentalone Kuh ich habe auch nicht aufhands zu laufen denn sonst erkelte ich mich noch ich muss leider auch mit der 14 jetzt schießen auch auf eine kuh ist halt schade aber anders was du nicht so sechs mit 1 2 3 4 da kann sich auch schön hoch heilen mit mir ja das war auf der plan das laufe ich einfach in den wald hier nach oben und hoffe einfach dass mich dass mich hier keiner besucht bekommen ganz schnell ganz schön geht schnell make fireplace das schiefen feierstorte die kommen ja auch immer wieder die archivisten und lass mich das analysieren ganz schön ganz schnell ganz schön los 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 feuerwärmisch feuerwärmisch und das dauert jetzt ein bisschen und essen ja es geht hoch das finde ich geil das habe ich so lange vermisst dass man im regen einfach an temperatur verliert richtig krass eigentlich so temperatur ist länger nieder und steigen sogar wieder ganz gut aus das heißt ich kann das feuer ausmachen um meine spuren zu verwischen und dann geht es weiter kommt schnell kommt schon feuer ich wissen blöd gelieb ich habe leider keine taste für den komponisten gps hatte dann so folgiert war denn ich aber er hat auf jeden fall länger schon gelebt war gut dass wir den ausgeschaltet haben und war definitiv nicht freundlich also wer mit so einem gier freundlich ist sehr mutig ich werde erstmal nur noch laufen dann werde ich mir noch eine kurve schnappen ist aber dabei echt gut ist ja 2m 14 wahrscheinlich hat er auch eine heli-crash-stelle vor kurzem gelootet oder vor lange aber in seiner laufbahn und die 6 dmr magazine ich weiß nicht ob es immer noch diese 10 dmr und svd munitionspakete gibt diese munitionsboxen weil das würde das auf jeden fall erklären ja ja ich hätte sich mal so einen gefunden hat er hat auch nur im neuen sd aber ich muss sagen die magazine davon waren im neuen wahrscheinlich hat er so einen neuen sd schalter einfach draufgebracht dies kann man fahren und leider noch ein solcher uniform hatte würde ich stark einfach drauf tippen dass er militär gelootet hat militär sachen wahrscheinlich starry der kam ja aus stalin das meiste hatte wahrscheinlich von da ja auch ziemlich viele zählte wenn der glück hatte ich glaube wenn wir näher gegangen wären wäre zwar wieder zu gefährlich dass wir uns gesehen hätte wir mussten den vorteil haben dass er erstmal so ein panikmoment hat den haben halt ausgenutzt gut dass perry gestanden ist passiert kann man kann man nichts machen haben wir halt beim eben gefällt gefällt aber gehört auch dazu man kann nicht immer wann hätten das stimmt vor allem wir waren ja auf einmal sprinten so und und standen hat das natürlich immer gewackelt so es ist schon gut dass wir überhaupt getroffen haben so und bei seiner m6 also in 14 sagen die macht ja deutlich mehr schaden also der hatte er hat zwar den waffen vorteil wir hatten aber bei den wir waren zu zweit das war unser vorteil und wir hatten denn als erstes zumindest perriott nützlich ich hab den wieder nicht gesehen ich hab ich hab was hinterm busch zu blinken sehen du was hättest ich denke so dann und dann kommt einmal so ein bild hervor so und ich denke direkt so noch gar keine jene danke jetzt mal fürs zuschauen ich hoffe dass die hat euch gefallen wir haben uns verknippt nächste woche geht es weiter hier oben habt ihr noch zwei andere videos auto rein bis zum nächsten mal